In Lützerath ist der Strom abgedreht, wer den Thermomix kaufen will, kommt jetzt zu spät. Verscherben wollte man ihn auf dem Adventsbasar, neben Eierlikör in der Braunkohlebar. Der Thermomixer kann nix dafür, er wusste kaum selber, was sollte er hier. Da drin werden alle zusammengerührt, am Ende vielleicht dann auch abgeführt. In Lützerath hängt man Solarzellen auf, den Thermomix bietet man hier zum Verkauf. Ist die Tupperparty hier auch schon im Gang, staunend geht man am Verkaufsstand entlang. Vielleicht hatte einer zu schlau überlegt und gedacht, einer wird zum Kauf so angeregt. Wird er mit Eierlikör abgefüllt, vegan selbstverständlich, wird Konsumlust gestillt. Basar im Advent im Wokenrevier, war's einer, was macht ein Thermomix hier. Was kommt heraus, schüttet man was hinein? Vielleicht Eierlikör, wirft man Eier da rein? Das wird in Lützerath bestimmt nicht getan, denn es wird darauf geachtet, hier lebt man vegan. Doch mancher lebt lange nicht, so wie er spricht. Was im Thermomix drin ist, das weiß man ja nicht. Aber stopp, sonst reißt man meinen Kopf mir noch ab. Denk ich dran, dass ich hier ja zu Gendern hab. Nicht nur Mann lebt vegan, selbstverständlich auch Frau. Und was Pronomen angeht, da mach ich mich schlau.